Fourier hat gesagt, dass Kurt ist Fendel's Chief Science Officer. Es gibt ein Ort, der Fendel Tower, im Norden der Stadt, der Regierungsagenten hausert. Ich wager, wir finden das Ministerium der Science dort. Okay, wir fragen uns um und sehen, ob wir einen Weg finden können. Gerade die Szene, als ich nach Saffa Tränge gekommen bin, die ganz plötzlich gestorbert ist. Ich bin froh, dass ich sie schon aufgenommen habe. Und jetzt bin ich hier in Kigeras, weil ich heute wieder mal überall mit Sidequests weitermachen wollte. Und hier haben wir auch eine sehr schön. Okay, hier muss ich noch Stuff für holen und sonst was. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich wollte jedenfalls heute überall wieder ein paar Sidequests machen und deswegen bin ich jetzt schon hier gerade. Wir sehen uns gleich an dem Ort wieder, wo wir jetzt nächstes hingehen werden. Wir arbeiten uns erstmal durch alle möglichen Gasthäuser durch mit den Anfragen und erledigen die. Die brauche ich halt noch. Warum ich die habe bekommen. Wir sehen uns gleich mal am nächsten Video. Als nächstes steht Saba Isool auf der Liste von unseren Sachen und hier haben wir immer noch nix. Hähnchencurry. Wie mache ich mir das denn? Jetzt brauche ich meine Liste hier. Das ist Saffaert. Oh Mann ey. Ich muss meine Sachen hier ordnen, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm. Hier haben wir hier die Birthday. Krailsite. Was auch immer das ist. Äh. Martianische Enklar. Wie fliegen die hier? Ah, hier ist die Harderhöhe. Hier haben wir Our Raiders. Das ist das nächste. Genau. Kommt Saba Isool. Perfekt. Und Barona. Hä? Warte mal. Das ist das Falsche. Hä? Wo ist denn der Anfang von Saba Isool? Ach Leute. Ich bin so unorganisiert einfach. Es tut mir leid. Ach, hier oben wahrscheinlich. Hähnchencurry mache ich das denn? Ja, hier ist es. Curry. Curry mit einem Huhn. Okay. Okay, 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 okay. Alles klar. Ähm. Dann muss ich mal gucken, ob ich das dualisieren kann. Dafür brauche ich erst mal. Ähm. Ein Gewürzset. Oder habe ich vielleicht sogar Curry? Ich habe keine Ahnung. Gewürzset, Gemüseset. Wir haben ein Gewürzset. Oh, wir haben kein Gemüseset. Wir könnten einen Trockener Curry machen. Toll. Warte mal. Der Typ hier hat mir ein Gewürzset hergestellt, oder? Nee, guck mal. Perfekt. Dankeschön dafür. Okay, perfekt. Dann machen wir mit. Nein. Warte mal. Aber einkaufen will ich hier eigentlich nicht. Bei dem Tordles Mixer laden. Könnte ich mal ganz kurz. So, Tordles Transport. Nein. Oh, nein. Äh. Die haben wir aber schon richtig. Ich bin ja ein Idiot. So. Wir machen das Gemüseset mit dem Gewürzset. Machen Curry. Sehr gut. Und machen dann das Curry mit dem Huhn. Und machen dann mit Hähnchen Curry. Perfekt. So. Und das geben wir jetzt hier bei der Anfrage ab. So. Perfekt. Ja. So. Hast du jetzt noch neue Anfragen bekommen? Vielleicht. Oder so in der Zeit, wo ich da war? Okay. Gut. Dann sehen wir uns gleich in Alright. Nein. Wait. Wait. Kann ich mir hier schön über den Film rüberbrotten im Prinzip. Nach Laden müssen wir heute auch. Denn da können wir eine Sidequest beenden. Die wir schon seit 500 Parts offen haben gefühlt. Nämlich die. Ähm. Mit den seltsamen Leuten. Weil da treffen wir die zum letzten Mal. So. Okay. Keine Ahnung, was ich hierfür machen kann. Stahlscheide. Wo ist denn mein Alright? Hier ist das. Das liegt da drüben, oder? Ähm. Hier drunter? Hä? Wo ist Alright? Oh Gott. Ich muss unbedingt an meinen Schreibtisch aufräumen. Hier haben wir Alright. So. Stahlscheide. Was muss ich dafür machen? Kann gekauft werden. Okay. Eine Heizkette. Scharfe Klaue mit harter Schuppe dualisieren. Scharfe Klaue mit harter Schuppe. Okay. Das können wir ganz einfach machen. Ich muss was dualisieren. Lieber Turtles. Und zwar. Eine. Eine. Was war denn jetzt? Scharfe Klaue mit harter Schuppe, oder? Ja. Sowas müsste ich ja irgendwo haben. Äh. Wo ist eine Klinge? Nee. Nee, Quatsch. Scharfe Klaue hat er Schuppe. Hier. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. So bekomme ich aber ordentlich Geld. Da kann ich mir... Da könnte ich mir jetzt in der Amarsianischen Enklave Zeug kaufen. Weil da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeug im Prinzip hier. Ich habe gerade eine magische Karte bekommen. Ernsthaft. Habe ich da jetzt vielleicht mal genug für die nächste Stufe? Das wäre voll praktisch. Mh. So. Und du gehst... Wieso bist du denn jetzt hier unten gewesen? Er hat doch... Ich war doch eigentlich hier oben. Nach so einem komplett neuen Titel. So. Du bist... Ah, du bist auch durch. Ich bin ein Idiot. Geh mal zu dem hier. So. Du bist noch dabei. Und du bist auch durch. Viel Spaß mit dem Herzogtitel. Sehr schön. So. Ich denke mal, den Weg nach Land... Ich kann ja nicht drinnen lassen kommen. Ist ja nur mit dem Schiff fahren und dann den Toilers benutzen. Also jetzt nichts Großes oder so. War halt bloß nervig von Safert zur Haderhöhe zu kommen. Weil das war halt... Da musste ich wieder ein bisschen laufen zum Hafen von Safert und so. Ich habe aber in Safert auch auf dem Weg einen... Einen Dings gesehen. Einen Stern. Das heißt, da können wir auch... Eine kleine Mission noch machen. Nachher. Aber jetzt sind wir erstmal eine Zeitquest dran. Dann können wir auch hier die Samen von Sophie einpflanzen. Die neuen Blumensamen. Wo wir schon mal hier sind. Und nach Barona würde ich auch ganz gern nochmal... Dass wir da vielleicht... Nach Krayes halt auch ein paar... Aufträge abschließen können. So. Anfragen. Spieldose. Wo komme ich die her? Oh Gott. Jetzt muss ich Land finden. Hier haben wir Land. Und... Ähm... Spieldose. Kaputtes Zahnrad mit rostigem Nagel. Toll. Aber erstmal kann man jetzt halt was weiter. Hier sind die seltsamen Leute, glaube ich, drin. Nein? Aber in der amassianischen Enklaff haben wir die gesehen, oder? Hä? Die müssen jetzt aber eigentlich im Land anwesend sein. In der amassianischen Enklaff waren wir ja bei denen. Jetzt kann ich mal ausprobieren, ob meine Vermutung für das Passwort stimmt. Ich habe ja mal gedacht, vielleicht ist es Esten. Weil ich habe ja den Passwort hin, weil ich es hier in der Stadt noch nicht gefunden. Deswegen. Wer weiß. Vielleicht stimmt es ja. Hahaha! Bamm! Das war voll... Äh... Die... Eingebung. Damals. Sagst du Spannendes? Nix. Aber eigentlich müssten die hier sein. Bei Lady Carrie wären die wohl kaum sein. Und in unserem Zimmer auch nicht. Die müssten eigentlich im Gästezimmer sein. Vielleicht geht das wegen der Story noch nicht. Äh... Okay, die hat noch was zu dem Vater gesagt. Aber wir haben halt die Szene mit, ähm... Tedrick vor ein paar Parts gesehen. Damals. Damals. Lang, lang ist es her. Nö, hä? Habe ich irgendwie in der Stadt übersehen? Wo die seltsamen Leute waren? Das ergibt gerade wenig Sinn, muss ich sagen. Habe ich die hier vorne drin über... Ne, das kann ja nicht sein. Mal mal. Sind die irgendwie im Schrank drin oder so? Hä? Hast du die gesehen? Ne, das ist immer noch die Pasta-Frau. Die hat Pasta-Zeug gegeben hat. Warte. Warte, warte. Nö. Wir haben nichts übersehen. Hä? Hä? Ach, egal. Da muss ich mich nochmal auf einer anderen Seite vielleicht über die Side-Quest informieren. Ob ich irgendwas vergessen habe oder... Ob das vielleicht einfach nur ein Bug ist oder... Ja, ein Bug wäre ziemlich doof. Weil ich will ja wirklich alle Side-Quests zeigen. Ist lange, dass ich keine verpassbaren auslasse. So. Haben wir jetzt eigentlich inzwischen mal alle Blumen? Ne, ich glaube nicht. Ich schätze mal, da kommen noch welche in den Städten, die wir noch gar nicht waren. Ja, das bildet ja auch noch nicht voll aus. Ich glaube, das waren schon alle... Ne, einen müssen wir noch haben. Oder? Ne, okay. Aber das bildet auch noch nicht voll. Das heißt, ein paar müssten noch kommen. So, ähm... Ich kann ja mal Liste gucken. Wobei, Moment. Neben-Quests. Unerledigt. Seltsame Leute. So. Barona. Hier war Krayta Barona. Oray. Sabe Isoe. Juli Börte. Äh... Kriegerrast. Vellanik. Safert. Und Amasianischen Klaav. Muss die Story noch voranschreiten. Es wird die im Land anwesend sein. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Deswegen ignorieren wir die Quest erst mal. Oder vielleicht kommen die noch in den Städten, die noch kommen. Und da steht nur in der Liste drin. Ich habe keine Ahnung. So. Ähm... Krayerside. Da. Haben wir da noch irgendwelche Anfragen im Gasthaus? Die wir noch machen könnten. Nach... In Barona war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Deswegen. Ähm... Hübsche Fußkette. Äh... Wo ist meine Krayerside Liste? Hier ist Vellanik. Kaderhöhe. Ich müsste die manchmal sortieren. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Krayerside hier. Kann gekauft werden. Schiff Fußkette. Ah, die vielleicht passt... Äh, Quatsch. Sophie gerade... Ausgerüstet. Naja, Standfußkette. Hm. Keine Ahnung, wo ich die ja bekomme. Na, was soll's. Gut. Das heißt... Ähm... Hier haben wir noch nichts... Weiteres. Okay, dann... Hafennachbarona. Im Walbrück gibt's ja nichts. Das war ich nicht... Säure, weil ich weiß... Gut. Da müssen wir nach Barona. Mit dem Schiff. So. Ja, möchten wir... Äh... Ja. Ihr macht mal die Schiffssequenz. Mir angucken. So. Wo war jetzt hier noch mal das Gasthaus? Absolut keine Ahnung mehr. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Barona ist eh für mich immer noch so ein bisschen verwirrend. War das unten? Ne, Quatsch. Hier nicht. Hier nicht. Aber Barona ist einfach so eine coole Stadt insgesamt. Ich liebe Barona. Ich liebe eigentlich alle Städte im Spiel bisher. Außer die Amasianischen... Amasianischen Klaff. Die ist irgendwie so langweilig. Kann ich eigentlich hier... Ne, warte mal. Ich wollte... Ich wollte unten eigentlich hier. Ich wollte hier oben voll falsch gelaufen. Ah, dieser Start. Ich wollte jetzt für den Läden. Kann ich hier das Zeug kaufen? Was ich für die... Eine Dings brauchte. Ne. Schade. Was gibt's bei dir Spannendes? Ich kann mir die Abfüllgummis voll kaufen wieder. Komm, wir kaufen mal hier ein bisschen was voll. So. Jetzt haben wir was an Stempeln wieder bekommen hier. Für Barona. Was hast du von hier? Ich weiß. Ich war mir nur nicht ganz sicher. So, hast du irgendwelche Anfragen für mich? Rindschüsse und Winter. Ah. Das Windrohrwappen gibt's ja auch noch. Das war das in dem Wald. Falls ihr euch erinnert, wo ich mal drinne war. Und... Ja, euch das gar nicht gezeigt hab, weil es sich nicht gelohnt hätte, weil ich da eh nichts geschafft hab. So, Moment. Wo ist denn jetzt meine Liste von Barona? Ach man, wo krieg ich die Rindschüsse her? Was ist da fährt? Hier ist die Harderhöhe. Hier ist Barona. Dualisiere Rind mit Reis. Jetzt ist die Frage, habe ich Rind? I don't know. Weil Reis müsste ich eigentlich haben, aber Rind ist halt die Frage. Dualisieren. Gehen wir einfach nach unten. Dann muss ich doch durch diese ganzen Scherben mit durchscrollen, aber... Dann bin ich direkt beim Essen. Okay, war vielleicht auch eine suchte Idee. So, jetzt gucken. Hier ist Reis. Hier ist Rindfleisch. Rindfleisch. Rindschüsse. Ja, scheinbar heißt es Rindfleisch eigentlich. Na, es war ein Fehler, das da nur Rind stand. Sehr gut. Damit hätten wir eine weitere Anfrage erledigt. So, hi. So, und jetzt inzwischen bin ich ja um einiges stärker geworden. Aber gleich zum letzten Mal. Deswegen überlege ich, ob wir vielleicht jetzt zum Wald gehen und da mal gucken, ob wir... Da... Ja, ist gut. Und jetzt... Irgendwie... Ah, doch jetzt. Dankeschön. Ähm... Ich wollte auch gucken, ob ihr irgendwas Spannendes sagt, aber das war vielleicht ein Fehler. Ich glaube, weil ich gucke jetzt mal, ob ich in dem Wald irgendwas ausrichten kann. Das heißt, wir sehen uns gleich in dem Wald wieder. So, da bin ich also im Ordenwald und da hinten könnt ihr schon sehen, um wen es sich erträgt in dieser Sidequest. Und zwar einen altbekannten Charakter. Was wollt ihr? Moment mal. Diese Uniform. Dann haben sie wohl Verstärkung mitgebracht. Von wem sprecht ihr? Meint ihr die Soldaten in den Wäldern? Warum sind sie überhaupt hier? Ex-Soldaten. Sie sind nicht mehr Soldaten von Vindor. Diese jämmerlichen Einfaltspinsel haben sich mit Cedric zusammengetan und können nun nirgendwo mehr hin. Äh, 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 äh. Moment mal, ist das nichts. Und was mit euch? Seid ihr nicht in derselben Position wie all die anderen Versager? Schweigt! Was fällt euch ein, mich mit diesen Idioten in einen Topf zu werfen? Ich bin kein gewöhnlicher Bürger, das wisst ihr. Ich tue mal von einer der Angesehensfamilien des Landes ab. Seht ihr dies? Das ist das Vindor-Wappen. Nur die größten Männer werden niemals eins berühren. Er sagt die Wahrheit. Das ist definitiv das Vindor-Wappen. Espel, ich glaube, ich kenne ihn. Du auch, Sophie? Ja, kommt mir bekannt vor. Ihr kennt viele folgte Leute, oder? Hehehe. Einschließlich dich. Wartet, sagtet ihr Espel? Hehehe. Was zum... Heist es? Tatsächlich heißt es? Heist es? Ähm, was ist denn mit dem los? Ich erinnere mich, er hat Richard vor sieben Jahren auf der Wiese angegriffen. Was? Price? Seid ihr das wirklich? Hehehe. Espelanz kehrt zu mir zurück. Hehehe. Zeit zu töten. Zeit zu sterben. Hehehe. Ja. Der ist ein bisschen durchgedreht, der ist Price. Aber, ja, der Kampf war damals sau schwer. Und deswegen habe ich mir gar nicht alles gezeigt, weil ich hatte keine Chance. Die haben immer die Werte. Er hat einiges an Leben direkt zu Beginn des Kampfes. Kannst du bitte U-Bot nicht umbringen? Das wäre voll geil. Jetzt habe ich jetzt auch wie eine Sophie. Hehehe. Ein Dings verständet. Sehr gut. Ich habe mal Dings wieder überleben. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. So, das fängt der Kampf an, der kriegt sich gut an. Auf jeden Fall. Au, dankeschön. Wenn er geht, hat er wieder überlebt, oder? Das war ein Perf Pisser. Was war die Kamera los? Auf Gruppe ist die eigene Schlecht. Warum das denn? Kein Bullshit. Das ist dämlich. Oh, habe ich eigentlich kein Kombo gehabt. Richtig fährt gezogen. So, good price. Ja, ich bin gar nicht mehr da kam, was auf jeden Fall immer noch sau schwer. Ja, aber definitiv einfacher als beim letzten Mal. Hallo, kannst du bitte aufhören? Ja, ist viel einfach beim letzten Mal. Da hatte ich eigentlich keine Chance. Hallo, ich bin ausgewichen. Ja, natürlich, natürlich. Fair und so. Richtig fair. So. Klar, natürlich. Natürlich. Okay, die zauern alle gerade. Auf jeden Fall jetzt. Oh, voll die Kombo. Au. Ja, das läuft definitiv besser als beim letzten Mal. Definitiv. Ich merke schon. So. Manchmal, prima, das wollte ich Ihnen richtig gut zu kommen wohnen. Ja. Er splittert halt so ein bisschen böse über Schlachtfeld. Was hat er jetzt? Das ist einfach eine Sache. So. Du gehst nicht auf Hubert. Der macht nämlich mal ganz kurz ein... ...dings auf sich selbst. Au. Nicht. Jetzt hat er mich. Ich bin eigentlich in eine ganz andere Richtung weggesprungen, als das Spiel es gemacht hat. Ey, ich hasse die Steuerung mit dem PS3-Controller. Manchmal im Kampf. Wenn die Kamera so komisch wechselt, ist das halt echt nicht so geil. Ganz ehrlich. Es ist echt mega störend. Voll oft. Wenn man nicht mal sauviel Schaden macht. Einfach so 600 Schaden. Random. Er ist tot. Uncool. Aber jetzt hat er seine Elef. Seine Elef wechselt da. Nein, ich gehe wieder auf ihn. Oh Gott. Ich warte, bis sie vorbei ist. Dann kann ich das wieder an. Ich bin ja auch bald in meinem Mystic-Art. Das ist das Gute. Dann machen wir mal einmal ganz kurz ein Heilmittel auf U-Bots. So. Das läuft ganz gut. Er hat noch die Hälfte ungefähr. Noch die Hälfte. Das ist ja schön. Aber wie er voll viel Schaden macht. WTF. Hallo, ich hab... Hallo? What the fuck? Alter! Ich kann eigentlich... Ich dachte, ich dachte nicht mehr ausweichen. Ey, was zum Teufel ist los mit dem Blöden? Alter, ich hab ja fast ein böses Wort gesagt. Was ist los mit dir? Leben, bitte. Hör auf, auf, Sophie! Mann! Jetzt haut euch einmal richtig raus. Richtig fair und so. Man kann jetzt auch voll was hinterher Kombos machen und so. Definitiv. Es ist gar nicht unfair, ja, wie krass er jetzt Teils raushaut und so. Überhaupt nicht. So. Aber wir haben bald unsere Elef-Wechselphase da erreicht. Das heißt, wir können bald... Das war auch gerade ein geile Kombo von uns. Wir können bald... Mit dem Mystic-Ord auf ihn draufhauen. Alter, er hat sich sehr gut. So, sehr schön. Ja, er ist gestandt! Oh, wie geil! Go to hell! What the fuck? Ja, voll auf Hubert und mich drauf ist. Yes! Hallo! Yes! Okay, okay, okay. So. Lebt sie gerade wieder. Dann... ...heide ich sie mal. So, sehr gut. Wie viel hattest du denn jetzt noch? Noch 6.000, sollte man nicht hinkriegen. Oh, Probleme. Kannst du jetzt mal aufführen, Sophie wegzuknallen, du Mistvieh? Und währenddessen heiligt mal ganz kurz. Dann... Au! Das war jetzt richtig fair. Und mal ganz kurz eine Heilung auf dich selbst. So. Wenn ich ihn halt manchmal angreife, dann... Oh, Mann, ey. Oh Gott. Kannst du da aufhören? Wie wärst du jetzt noch? Nein, 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 nein. Nicht auf Hubert. Aber was sollten wir eigentlich hinkriegen, außer, jetzt sterben ja ganzen Leute hier. I wish you hadn't seen me like that. Was wirkt du denn? Das ist ein Sofort-Tot-Angriff, du Folli-Tot. Checkst du das nicht, oder was? Das ist ein Sofort-Tot-Angriff. Warum bleibt er da stehen? Du mal Folli-Tot, Alter. Ich spring auch rein, ich bin voll reingesprungen, ich dumme Idiot, Alter. Mich gerade noch über Dings beschweren und dann selbst den gleichen Fehler machen. Er hat doch nichts mehr, warum kriege ich ihn denn nicht tot? So, jetzt kann ich eigentlich wiederbeleben. So. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Armin, gleich, Armin, gleich, Armin, gleich. Nein, ich bin voll reingelaufen, ich bin voll reingelaufen, ich Idiot! Mann! Das war aber, das war der PS4, äh, PS4 genau. PS3-Controller, ich schwöre es euch, das war der Scheiß-Controller. Hallo! Du kannst doch mal chillen, weißt du, ist eigentlich ein Vollidiot und wir haben ihn. Ich bin der Envy von allem! Ich muss weitergehen! Das, äh, das ist Price! Kann den Hauptmann? Er ist vor sieben Jahren verschwunden, damals hat er das unter den Rittern zu großem Aufruhr geführt. Damals hat das unter den Rittern, meine Güte. Er war der Erstgeborene einer einflussreichen Familie und er nutzte diese Macht aus, um persönlich der Tutor des jungen Prinzen zu werben. Ach, Tutor! Hehehehe, sie warten auf mich! Genau, jetzt bereiten sie einen festen Schloss vor! Mh, Sparenferkel! Ähm, geht es ihm gut? Liebe König Price, ihr wollt mich zum Herzogern nennen? Oh, ihr seid zu liebenswürdig! Wahrscheinlich ist er schon seit unserem Kampf aus der... Warum ist er... Wahrscheinlich ist er schon so seit unserem Kampf auf der Wiese. Das ist nicht deiner Schuld, Esper. Er ist derjenige, der die Realität nicht akzeptieren will. Und nur er kann entscheiden, ob er diese Verantwortung wieder auf sich nimmt. Ja, wahrscheinlich. Das war ein krasser Kampf auf jeden Fall. Oh. Sie wurden gefunden. Hehehe. Ha, ein Wunder, seht nur das ganze Elef! Die Kinder von heute sind die Turtles von morgen. Hehehehe. Komm, mein Freund, komm, iss dieses Schwein! Er sagt, läuft dein Kind herunter! Hehehehe. Ja, der hat einen kompletten Schaden. Der ist komplett durch. Ich sehe schon... Dem ist nicht mal zu helfen. Deswegen rennen wir es auch schnell nicht so weg. Oh! Die ganzen Wachen... Ich wollte gerade sagen, die ganze Wachen sind weg. Aber ne. Die waren auch schon nicht hier. So. Ich weiß, wo das sind, die weg. Aber ne. Aber ja, wir haben ja gehört, dass das, ähm, die sind, die jetzt hier halt rumlungern, weil sie eben wegen, äh, das Hedrick halt nicht mehr nach Parona zurück können. Also, weil das Hedrick eben tot ist und so. Gut, dann porten wir uns halt wieder weg. Ah, ne, dürfen wir trennen nicht. Okay, alles klar. Gut. Der Kampf war echt hart. Ohne Mystic Art hätte ich die wahrscheinlich niemals geschafft, aber egal. Geht das, das, das fies an ihr war, dass er sich teilt, einfach... Sehr schön. Äh, das Böse an ihm war halt, dass er teils einfach, äh, weiter angreifen konnte. Obwohl ich ihn quasi eigentlich mit meiner Komplette stoppen müssen, sag ich mal. Er konnte einfach voll mit seinen Clown dadurch mich durchrasen quasi. Obwohl ich ihn angegriffen habe und sollte eigentlich wieder aufhalten müssen. Ja. Wäre vielleicht Glück gewesen, Sherry noch im Kampf wieder zu haben, dass er mich heilen kann. Aber ich habe sie halt rausgenommen. Wo er gar nicht erst reingepackt, weil eigentlich war Pascal mit drin, ne. Aber das habe ich davor gesehen und dachte, nein, Pascal kommt nicht in so einen wichtigen Kampf. Sherry hat halt mit heilen können, aber sie hat ja erstens kaum Angriffsstärke gehabt. Und zweitens, ähm, ist ihr Problem, dass sie eben einen sau schlechten Angriff hat, im Vergleich zu Malek zum Beispiel. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Malek ist vielleicht sinnvoller, weil er eben, ähm... Sehr schön. Weil er eben, äh, einen krassen Angriff hat und ich ihn vielleicht so schneller down bekomme. Gut, ganz ehrlich, dann gehen wir jetzt noch schnell nach Barona und geben das ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann wahrscheinlich in Safhat weitere Sidequests machen können. Weil mehr ist, äh, jetzt hier momentan nicht möglich. Aber das war echt ein alter Kampf gegen Price, definitiv. Aber hat Spaß gemacht irgendwo. War, hat, aber hat Spaß gemacht. Ui, heiliger Trank. Sehr schön. Sherry land verarzten. Ist das vielleicht, ähm... Was geiles... Schmerzschlag. Da fehlt ein E, oder? Oder ist das, weil es sonst nicht hingepasst hätte? Keine Ahnung. Ähm... Ist das verarzten vielleicht... Wiederbelebung... Oh, Pascal war durch. Wiederbelebungszauber. Ja, Pascal ist definitiv durch. Durch den Kopf. Sherry... Ähm... Was denn das? Äh... Ach hier, verarzten. Äh... Ah, okay, einfach nur physische Krankheiten, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Tales of Crisis wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wennsinn heißt... Oh, Stempelsammler. Oh... 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 Okay... Bis dann, ciao, euer B-Road, tschüss.